Sag mal, ist das der einzige Reiseführer, den wir über Wien haben? Ja, ich habe ganz viel im Weihnachtsgeschäft verkauft, da wollen im Moment alle Leute hinfahren. Verstehe ich eigentlich gar nicht, warum? Ich schon. Ich habe ein ganz tolles Buch gelesen über Wien, über Anfang des Jahrhunderts, weißt du von Petra? Ja. Das heißt, ein Winter in Wien und ist eine ganz hübsche Liebesgeschichte. Und das ist so schön gestaltet, weißt du, mit so Jugendstilelementen. Ach so, wie ein Vogel ein Backenhof? Ja. Aber weißt du was? Wenn es hier darum geht, dann fahre ich noch so aufs Weder, es geht schneller.